Moinsen und hallo Leute, willkommen bei Sex, Games and Rock'n'Roll. Ich bin unterwegs im Cyclops 10Z mit dem, wie ich es angekündigt habe, Brawler-Bild, nämlich sechs Medium Laser und eine AC-20. Valhase hate mir, falls du das liest, ich grüße dich. Deine ganzen Namenänderungen sind tatsächlich inzwischen ein bisschen verwirrend, aber hey, Valhameau gut ist, nicht wahr? Da kann man einfach nicht immer das gleiche Gesicht wahren. So, schauen wir mal, wo meine Assault-Kollegen langlaufen. Cyclops da hinten, da Diewolf und Gargoyle, dass der Gargoyle nicht aufruhen kann. Wundert mich ein bisschen, der Cyclops stimmt vor. So, ich muss mal eben antworten. So, nun haben wir, glaube ich, alle fertig. Oha, kleinen Schluckauf noch mit dazu. Das ist natürlich dann sehr interessant von der Soundkulisse, ja? Weil meistens, wenn der jetzt nicht aufhört, der Schluckauf, dann kommt noch irgendwie irgendeine Luft raus. Ihr wisst, was es heißt. Falls das passieren sollte, entschuldige ich mich im Vorfeld. Aber hey. Oh, da oben ist schon mal ein Executioner. Boom. Ah, die AC-20 hat dann nochmal eben aufgefangen mit seiner, mit seinem Center-Torse sogar. Oha, nice. Oh, da. Oh, oh, oh. Pushen, pushen, pushen. Schnappt euch den Smoke. Guano. Ah, nicht zurück, Alter. Vorwärts. Hier sind doch noch genug von unseren Kollegen. Warum hausten du wieder ab, Alter? Boom. Komm, komm, komm. Da geht noch was. Und. Yes. Bye, bye. Die Wolf. Eine Zicke da vorne. Da komme ich aber nicht mehr ran. Hier zu meiner Rechten steht noch einer herum. Mal schauen, ob er hier fleißig chillt. Ne, er jumpt runter. Das war auf jeden Fall mal ein hervorragender Push. Bis jetzt GG, liebes Team. Nicht GG, aber well played zumindest. GG wird sich zeigen, ob es das wird oder nicht. Wow, hi. Cyclops, bro. LLM-College. Aha. Gut, linker Seiten-Torse gut angesehen wurde. Zwei LLM-15er. Mad Dog da vorne. Ach, jetzt trau ich mich nicht so ganz. Wenn ich jetzt einmal gucken kriege, wahrscheinlich ziemlich hart auf die Nase. Am Versuch ist es wert. Jo, Ärmchen eingefärbt. Schulter eingefärbt. Ey, hey, 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 hey. Wer macht denn sowas? Ein hässlicher Highlander. Oh, Highlander 2C mit Streaks. Wow. Medium Lasern. Zwei Ultra-Aczener. Alter Schwede, da war richtig hart an meinem Bein genagt. Ich muss mich, glaube ich, mal halbwegs sicher wieder zurückziehen. Hinter uns. Ein Light an Scouten. Oh, Jenna mit offenem Seitentorso. Theoretisch dürfte das sogar Hapa-Hapa sein, aber darin sind schon andere hin. Der ist sowieso gleich wieder weg. Der Gargoyle heizt ein, um anzukommen. Aber das wird er wahrscheinlich auch nicht rechtzeitig schaffen. Jenna dürfte normalerweise, wenn er jetzt nicht ganz doof ist, schon komplett über dem Berg sein. Wie steht's denn? Na, 1 zu 3 von den Kills her. Ich kann mal fast ein bisschen drauf aufbauen. Oh, Kollege Cyclops. Der Titel Bad Company trifft es ja ganz gut aus, nämlich gerade besonders für eine sehr schlechte Gesellschaft. Na, kommt der Cyclops da hoch? Jo. Ja, auch nicht direkt, ne? Und, ach, okay, irgendwas ist da hinten am Start, was immer ein bisschen rumnervt und lasert. Ich hab nämlich von hinten noch einen Ruf gepumpt. Aber auch nur einen leichten Energiestrahl. So, Patrick Dangerfield ist auf jeden Fall ein cooler Name, Digga. So, mal weiter abschecken. Schön Sneaky Ninja-mäßig. Mit dem Cyclops. Der Highliner, oh, der ist aber gut angefressen, der Highliner 2C. Der spottet gerade für seine LM-Freunde. Der Raven checkt nicht. Der kann halt gerade nicht so viel reißen, der Raven. Jo. Gut abgestaubt. Das funktioniert endlich wieder einigermaßen. Ach, was schön. Das macht mich doch direkt wieder glücklich. UAV. Weg. Gut. Und LM Awesome. Ach, wie. Awesome ist einfach Liebe. Und LM Awesome ist auch sowieso nochmal wirklich geil. Ja, auf was gehen wir jetzt? Den Awesome? Der hat aber gesessen, der mit der AC-20. Ja, spotte mich bitte nicht mehr hier. Au, ungünstig. Ich glaube, ich habe den Raven gerade den Weg blockiert. Lass mich mal vorbei, sonst bin ich gleich durch. Das möchte ich auch nicht so gerne. Oh, der Awesome ist gerade hier perfekt im Feuerreichweite für seine Longest Schmerz. Das ist aber auch für mich. Fuck, das war jetzt wahrscheinlich ein fataler Fehler. Der macht einfach nur Facetank. Shit, die AC-20 ist hinüber. Und überhitzt. Scheiße. Das war es jetzt wahrscheinlich. Focus Fire auf mich. Jipp. Uh, Beinchen verloren. AC-20 ist nicht weg, aber keine Munition mehr da. Jetzt tanken wir einfach mal mit dem linken Arm und der linken Schulter. Nützt dir alle nichts, ne? Ach, kommt schon, Leute. Sie sind abgelenkt. Jetzt einfach mal pushen und ruf. Pushen und töten. Jetzt haben die wenigsten gecheckt und die meisten stehen auch tatsächlich immer noch oben. Lieber auf Nummer sichern, denn man könnte ja ein bisschen Schaden kassieren. Da. Ah, Balase Hate Beer. Jawohl. Wenn er den nicht gekriegt hätte, wäre ich auch enttäuscht gewesen. Auf einer persönlichen Ebene, Digga. Da hat es aber mal gut abgestaubt. Ja, die Kills hat er sich aber verdient. So. Hier einmal der Überblick. Also, der Build ist halt, ne? 6 Minumnase in der AC-20 ziemlich valide, was wir halt auch anderes erwarten. Man müsste ein bisschen mehr auf das Hit-Management warten, achten. Nicht so wie ich. Mit dem Kodiak ist halt auch klar, ne? 700 Damage sollte man auch, das sollte man nicht machen, aber es sind halt auch nicht so erstaunlich, sag ich mal. Aber es ist halt, ne? Walla ist, glaube ich, auch ein guter Spieler. Hat er sich definitiv verdient, die Kills. Aber er hat auch gut abgestaubt. Da hat er sich bei mir abgeguckt. Alter, die abgestaubten haben sich das bei mir abgeguckt. Mhm. Ach, ne Quatsch. Das ist gerade einfach nur schmarrn. So. Jetzt checken wir an der Map im Make-Lab. Ich zeige euch halt den Bild einmal komplett. Ihr werdet jetzt nicht so viele große Überraschungen erleben oder sowas. Weil die Waffen kennt ihr ja schon. Der Rest ist einfach ein Motor, 3 Tonnen Munition, Panzerung und ganz viele Heatsinks. Oh, und hier seht ihr mal was von den neuen Decals. Ich finde hier das mit dem 8-Ball so unfassbar geil. Das habe ich auch schon im Patch-Notes-Video gesagt. Ich liebe das. Und die Fee vorne drauf in der Mitte, das Ding gefällt mir auch wirklich gut. Und da sind viele sehr geile Details inzwischen dabei. Jetzt, was heißt inzwischen, als wäre das schon so lange her, dass die eingeführt wurden. Aber die haben einfach meiner Meinung nach vieles richtig gemacht. So, hier sehen wir das Ding einmal. Klar, Pro-Arm 3 Medium Laser. Rechte Seite, die AC20. Linke Seite vollgestoppt mit Double E-Things. Einer der wenigen Makes, wo Endo-Steel mit drin sitzt. Also einer der wenigen Assault-Macks bei mir. Mit einer Standard 360, die Geschwindigkeit 64,8 kmh. Kann sich da, denke ich, sehen, dass man das Ding erstmal gelevelt ist. Dann ist er auch direkt noch ein bisschen viel lila unterwegs und so. Jetzt habe ich nicht wirklich viel im Pilot-Skill-Lab da. Freigeschaltet. Da kann man noch ein bisschen mehr draus holen. Und jetzt, Leute, besten Dank fürs Zugucken. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag. Bis bald.